Moin, ich grüße dich. Wer von euch dem japanischen Grill so ein bisschen verfallen ist, der wird heute richtig viel Spaß haben. Wir machen nämlich heute Beef Tsukune. Und was das mit Yakitori zu tun hat, das erfährst du in diesem Video. Was diese Fleischbechen so geil macht, das zeige ich dir jetzt. Wir machen nämlich kleine Tsukune, Yakitori-Style. Warum Yakitori-Style? Weil Yakitori eigentlich gebranntes, gebratenes, gegrilltes Hähnchen heißt. Und wir mit Beef arbeiten. Deswegen, Hähnchen, Beef, Yakitori, passt nicht ganz so. Aber wir gehen in die Richtung. Deswegen dürfen wir das 8 nennen. So, und das machen wir. Als erstes machen wir eine Gewürzsoße für das Beef. Und die könnten wir jetzt einfach mal Yakitori-Tare nennen. Und die wird eigentlich gekocht. Ein bisschen länger. Ich will das jetzt hier nicht zu lang hinaus zögern. Deswegen mache ich das ein bisschen schneller. Und habe hier so ein bisschen Sojasauce. Eine helle Sojasauce, die gebe ich einfach bei mir in ein Schälchen rein. Dann habe ich hier ein bisschen Merin. Merin hat eine schöne süßliche Note. Ja, Merin, süßer Reiswein, passt perfekt dazu. Und dann habe ich hier noch eine gute Prise Zucker. Und jetzt denkst du schon, boah, das wird aber richtig süß. Tatsächlich hat die Yakitori-Soße generell natürlich eine schöne, süße Note. Finde ich, passt aber auch ganz gut dazu. Ja, könnt ihr auf jeden Fall machen. Und das ist so wirklich der Inbegriff einer ganz schnellen Yakitori-Tare. Ja, normalerweise machst du jetzt noch Sake rein. Kannst du auch noch mit Knoblauch und Ingwer arbeiten. Machst den Topf, reduzierst das so ein bisschen runter. Ja, nicht zu sehr. Musst du immer aufpassen. Die Sojasauce, die wird irgendwann knabbert. Die an der Salzigkeit. Dann kannst du das nämlich nicht mehr in den Mund nehmen. Dann spuckst du das nicht mehr aus. Deswegen Piano. Ich halte es jetzt erstmal ganz einfach. Das heißt, Sojasauce, Merin, süßer Reißwein, bisschen Zucker. Und wenn ihr wollt, wie gesagt, ein bisschen Sake. So, klassisches Yakitori. Natürlich ist in Japan ein Bombenbegriff. Das ist wie, wenn du bei uns hier in eine Schlitzelbude gehst. Oder Currywurstbude. Nur besser und anders bei denen. Wobei, man muss natürlich auch gucken, was man mehr mag. Aber Yakitori tatsächlich. Du hast diese elendlangen Yakitori-Grills. Die werden dann mit Binschotarenkohle. Das ist von der Steineichel eine Kohle, die man sehr hoch erhitzen kann. Ja, wird das angefeuert. Und dann werden aus verschiedensten Hähnchenteilen werden so kleine Spieße gemacht und die werden gegrillt. Unsere Fake-Yakitori-Version, ja. Unsere Tsukuna. Die machen wir ja heute mit Beef. Und da habe ich jetzt hier die Yakitori-Tare angerührt. Ja, das ist quasi unsere Gewürzsoße. Und da geben wir jetzt erst zwei Teelöffel, zweieinhalb Teelöffel dazu. Dann habe ich hier eine Frühlingsstiebel, ja. Und da schneide ich mir wirklich ganz, ganz feine Ringe raus. Wobei ich mir das oberste Grüne, das lege ich mir nochmal zur Seite. Das kann ich mir später drüber streuen. Ich will mehr hier das Hellgrüne haben, ja. Das schon ein bisschen zwiebeliger schmeckt. Das passt nämlich gleich richtig gut hier in unsere Bällchen rein. Und ich kann mir ja gut vorstellen, auch für die Zykude-Bällchen gibt es verschiedenste Rezepte. Wobei wir ja hier nicht mit so vielen Zutaten arbeiten. Ich weiß, viele Leute benutzen noch Shiso-Blätter dafür. Ich lasse die weg. Gebe jetzt hier schon mal die Lauchzübel mit rein. Dann habe ich hier noch ein bisschen Knoffi. Ist auch definitiv kein Muss. Ich finde es aber irgendwie ziemlich cool. Das passt einfach richtig gut da rein. Wenn du jetzt die Yakitori-Tare kochst, kannst du auch mit Knoblauch arbeiten. Dann kannst du dir das hier sparen. Gar nicht so viel. Anhacken. Jetzt habe ich hier ein bisschen was von unserer Gewürzsoße dran. Unser Yakitori-Take, Merin, Soja, Knoblauch ist dran. Ein paar Lauchzübel sind drin. Und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Miso-Paste. Und ich habe hier eine sehr junge Miso-Paste. Das siehst du daran, dass sie so hell ist. Das ist eine Shiro-Miso-Paste. Das ist schön an der. Die hat auch einen sehr süßlichen Geschmack. Die ist nicht so kräftig. Das sind unsere Grundzutaten. Das ist alles, was in unsere Zukunft reinkommt. Das ist unsere Basis. Und daraus machen wir uns jetzt gleich die Fleischbällchen. So, ich habe da schon Soja und Miso drin. Eine kleine Prise Salz. Kann trotzdem nicht schaden. Und wir haben jetzt ja gleich noch die restliche Yakitori-Tare. Und wenn wir die gleich fertig gegrillt haben, können wir die dann mit nochmal richtig schön einpinseln. Dann kriegen wir erstmal einen richtig heftigen Glanz. Also die bing. Und wenn ihr die in der Sonne hältst, musst du eine Sonnenbrille aufziehen. Weil sonst bist du blind und braun. Und wenn ihr euch jetzt fragt, das ist ja hier, was ist da stehen? Das ist ja Pankomehl. Das ist richtig. Eingefleischt, der Liebhaber bei der Yakitori-Küche. Du wirst jetzt beide Hände vor dir das Gesicht zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen Junge, was tust du jetzt da? Und ich gebe dir recht, weil Pankomehl kommt eigentlich nicht in diese zu gute Bällchen rein. Aber normalerweise arbeiten wir auch mit Hähnchen. Hähnchen hat mehr Eiweiß. Mehr Eiweiß, wenn es gar wird, wenn es heiß wird, bindet. Hier haben wir relativ wenig Bindung drin. Jetzt können wir uns ein bisschen einnehmen. Ich nehme jetzt ein klein bisschen Pankomehl, damit ich die Bindung so ein bisschen unterstützen kann. Das macht es einfach ein bisschen einfacher. Cool, das macht es einfach ein bisschen einfacher. Das ist der nächste Titel von meinem Kochbuch. Das macht es einfach ein bisschen einfacher. Wenn du jetzt denkst, Mensch, das Pankomehl hat ja gar nichts gebracht. Die Masse sieht ja genauso aus wie vorher. So, und Mehl will auch erstmal arbeiten. Das saugt sich langsam voll. Also, ist genau so richtig, wie wir es jetzt haben. Und dann habe ich hier unseren heftigsten, ich weiß gar nicht, was das ist, Schaschlik-Spieß wahrscheinlich. Den habe ich extra gekauft, nur für diese Nummer. Weil, ich finde Hackfleisch um Spieße, die rund sind, drehst du den Spieß, aber der Hackfleisch-Männchen denkt sich so, ich bleibe da, wo ich bin. Und hier, flache Auflagefläche. Super, oder? Super. Ich habe ja was von Fleischmännchen gesagt, ne? Ich glaube, ich muss ein bisschen revidieren, weil Fleischmännchen, die brauchen einfach viel zu lang, bis sie egal sind. Deswegen, mache ich die Dinger so ein bisschen oval, so ein bisschen eiförmig, ja? Könnt ihr auch machen. Und dann spieße ich mir die hier auf. Beim Wetter ist ja, aber das Wetter lädt ja dazu ein. Was willst du sagen? Komm, wir machen mal einen Tag, wo wir sagen, komm, wir machen ein paar Sachen um den Grill, zack, kommt die Sonne raus. Sollten wir immer ankündigen jetzt, sagen wir nächstes Mal im Winter bei minus 20 Grad, lass mal den Grill anmachen. Zack, ab in den Pool. So läuft das. So, unsere Yakitori, beziehungsweise Yakibief Meatballs, sind fertig und die kommen jetzt auf den Grill. Tut euch einen Gefallen, nehmt Holzkohle, come on. Hast ein bisschen Raucharoma noch mit drin, schmeckt einfach besser, ist auch ein bisschen authentischer zur japanischen Küche. Ich glaube, ich habe sogar noch ein bisschen Schotankohle da, die kann ich dann auch noch nehmen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Unsere Yakibiefballs, die sind jetzt gleich fertig, auf jeden Fall. Ich habe auch ein Teil Windschotankohle genommen, abgesehen davon, dass die Kohle super heiß wird, ist es auch so tatsächlich, dass gerade bei Yakitori, wenn was von dem Fett auf diese Kohle tropft, dann räuchert das quasi das Fleisch noch auf eine ganz bestimmte Art und Weise und deswegen solltet ihr mal schauen, dass ihr die bekommt. Ihr könnt die auf jeden Fall online bestellen, das ist gar kein Problem. Ihr müsst die auch nicht ausschließlich nehmen. Ich mache mal ganz normal Holzkohle oder Briketts und dann lege ich mir so zwei, drei von den Stücken dazwischen. Das reicht schon aus und dadurch kriegt ihr ein richtig cooles Flavor. Und außerdem habt ihr richtig viel Hitze in dem Grill. Ich hole die Spieße mal runter und dann können wir anrichten. So und hier sind unsere Yakki Beef Balls, unsere zu coolen. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal alle auf einen Spieß gemacht. Ja, klassischerweise machst du ein bis zwei auf einen Spieß. Eine Yakitori, so kleine Spieße, die isst du oder snackst du quasi so weg. Das ist ja kein Snackspieß hier. Das ist schon alles andere. Und die hole ich jetzt trotzdem erstmal hier runter. Du riechst die Miso-Paste tatsächlich. Du riechst diese Yakitori-Tare-Soße. Das riechst du aus diesen Beef Balls raus. Richtig krass. Und für die letzte Glasur machen wir die jetzt hier einfach in unsere Schälchen rein. Guck mal, fünf Stück. Das sieht doch super aus, ja. Und dann haben wir ja noch hier unsere Yakitori-Tare-Soße. Und die geben wir jetzt quasi hier so ein bisschen drüber. Ich habe hier sogar noch einen Pinsel oder sagen wir mal es war mal ein Pinsel oder wollte mal ein Pinsel werden. Auf jeden Fall ist das jetzt nur noch ein Pin. Und mit dem Pin können wir jetzt hier die restliche Yakitori-Tare ein bisschen über unsere Sukune rüber geben. wir haben so viele japanische Restaurants hier in der Umgebung. Und einer oder zwei bieten die nur an. Dabei sind die Dinge einfach das ist Weltklasse. Die sind so lecker einfach vom Geschmack. Kann ich verstehen. So, die restliche Lauchzwiebel, die wir noch haben die geben wir einfach so da drüber. So meine Freunde und wenn du jetzt noch den Grill an hast oder am Wochenende oder in nächster Zeit eine Grillparty geplant hast dann auf, auf zum Metzger deines Vertrauens und ein bisschen Gehacktes kaufen. Ein bisschen Hackfleisch holen. Oder Hähnchen holen, Hähnchen-Oberkeule und die mal selber machen. Also die Originalen. Und dann sage ich euch eins. Wenn ihr das für eure Gäste macht die küssen euch die Hand die küssen euch die Stirn die laufen dreimal um euch rum und die geben euch und die wackeln an eurem großen Zeh. So geil werden die dann finden. Versprochen. Wenn nicht geht zurück. Nein, klatsch. So. Aber versucht es auf jeden Fall. Ja, Yaki Beef Boys schlägt viel. Schlägt wirklich viel. Macht es einfach mal nach. Weiter ein cooles Gericht aus der Asiatschem Küche. Ja, scrollt hier mal durch. Hier gibt es genug Videos. So. Nicht immer googeln. Auch mal durchscrollen. Und das ziehe ich mir jetzt rein. Bis demnächst, Leute. Ciao. Musik 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 Musik